Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, am 17. November 2016 bestellt und fast 3 Wochen gewartet geliefert am 13.12.2016 funktioniert einwandfrei schöne Farbe bläulich habe ich mir nachbestellt, da mir die erste Bestellung der Lampen so gut gefallen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.